Kaputt! Jetzt drehen Sie sich erst mal. Das soll hier Angst machen. Was? Das Drehen. Wie macht es Angst? Ich glaube, das darfst du nicht da rein. Stimmt. Schade. Lektur gewesen. Oh, Arme schaffst du nicht. Okay, wir fahren doch nach 80 Metern sofort. Oder? Ja. Ich meine ja. Ich will das nicht dazu. Jetzt ist es zu spät. Mach das. Ach das. Nee, wir sind noch nicht oben. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Da ist doch ein Freistoil jetzt auf, oder? Hallo? Jetzt sind wir oben. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Jetzt ist es zu spät. Jetzt bist du schon drin. Können wir uns noch aufhören zu drehen? Das ist der höchste Freeport Tower Deutschlands, ne? Nee, der höchste transportable Duma Drop Tower der Welt. Der höchste ist Highlander. Das sind auch nur 80 Meter. Das sind auch nur 80 Meter. Jetzt fallen wir. Bitte? Jetzt fallen wir gleich. Warte. Jetzt. Dann. Wohhhhh. Sch. Sch.